willkommen zurück zu einer weiteren folge youtubers live hier auf meinem kanal ja ich bin immer noch dabei den kurs zu lesen also nur den kurs zu besuchen der ist gleich zum glück fertig und ja schön hier kostet mich zwar ein bisschen was egal dann müssen wir mal einen pip aufnehmen mal wieder alter was schießt langsam durch die decke das ding ist gerade im weg das geht nicht anders wir müssen erst mal zum event gehen du 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 Was ist das so lange? Aber haben wir ein bisschen Geld? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das so lange? Aber wir haben ja ein bisschen Geld Oh, was ist das? Was haben wir noch? Und das reicht tatsächlich noch Scheiß drauf, wir machen jetzt noch schnell das Video hier Komm, scheiß drauf, bis zum Event haben wir es noch Kriegen wir es noch hin auf jeden Fall 14 Stunden, ach klar, schaff mal Easy So So Und So 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 Rändern Akzeptieren Oh, das ist mal ein fetter Tisch tatsächlich Das ist mal ein fetter Tisch Ähm So 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 Machen wir mal den da. Ähm, machen wir das da. Und wir machen den da. Und das hier nochmal. Ich hab noch 63 Mieten. Das reicht nicht für die nächste Monatsmiete. Sortieren. Nächstes Video. Äh, Aufnahme starten. Ähm, das hier. Äh, das hier. Und noch andere Karten. Ne, dann machen wir das hier. Und das. Oh, mit wählen der schon wieder. Äh, ich hab noch ein Dollar. Äh, 18 Dollar. Äh, das. 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 wir ziehen uns mal ganz kurz um einkaufen eigentlich wüsste ich arbeiten gehen ich brauche aber tatsächlich eine kochmütze ach du scheiße ja beide kochmütze brauche ich nicht unbedingt brauche ich nicht unbedingt ihr könnt mal wieder ein pip erstellen nice nice gehen wir gleich nochmal arbeiten aufrüsten hier so da haben wir alles kurz fortsetzen haben wir irgendwas wegen rezepte oder so ich verstehe das hier halt einfach nicht mit dem rezept na ja das hat man ja schon mal da habe ich keine lust drauf hier kommt money money essen dreimal brot sagen wir mal unendlich so kleine mini kühlschrank so ein kühlschrank will ich auch haben voll viel brot und wasser ohne probleme bloß das wasser muss bei mir durch kohle ersetzt werden und das brot durch lecker koppel und dann koch tipps das da ja guck mal koppel 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 ach koppel 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 Und hier rennt wieder irgend so ein Knallkopf von meiner Linse rum, wow. Das, 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 nicht, nein, das, 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 das. Der ist wieder kaputt. Willst du mich verarschen? So, wir haben einen neuen Talentpunkt. So. So. Aha, aha, aha. So. Sochen, sochen. Sochen. Und als nächstes. Sochen. 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 um Okay, nice nice Ja, ich muss mal gucken, wie ich das hier mit den Rezepten mache. Woll ich vielleicht noch ein Bücherregal? Ah, das ist bezweiflich. Äh, aber gut, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da unten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.